Marius' Abenteuer auf der Chuck-Insel. Das ist der deutsche Titel. Wir werden weitermachen. Mit der Footballman-Grotte. Okay, also, das ist Yoshi. Ähm. Ähm. Ähm, ich glaub ich brauch den, oder? Kann das sein? Wow. Okay, nein, ich brauch Yoshi. Nein, Yoshi! Ja, Yoshi! Ich will nicht, dass du das isst. Gut. Aber wir sind halt anders. Eins. Nein! Nein! So, äh. Fötere Yoshi! Fötere Yoshi! Fötere Yoshi mehr! Aber jetzt im Moment nicht. Verdammt. Na gut, dann fötere ihn halt. Oh, oder er kann die Pflanze essen, auch gut. Oh mein Gott! Das ist verknallt. Ach, zum Beispiel, das gibt's noch nicht. Yoshi! Yoshi! Ich darf nicht! Okay. So, jetzt aber. Ach, jetzt ist der schon wieder da. Bäm, bäm. Ah! Däm, 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 däm. Yoshi! Ah, nein! Whoops. Däm, däm, däm! Was? Was? Okay. Schneller. Oh mein Gott. Oh, das war knapp. Ich hab's geschafft. Yoshi, wir haben es geschworen. Wir haben es... Wir haben es geschafft, Yoshi. Ah. Okay, also. Ah. Ist dir überhaupt ein Weg dem Typen entkommen? Ja, ging's. Das ist nur eine Altschuhe. Ha, ich wusste auch, dass man YouTube-Sieren brauchen würde. Ich wusste es! Da, Freak-Gamer, ich kenne deine bösen Absichten, die Welt zu beherrschen. Und ich werde sie vereiteln, deine Absichten. Das macht Sinn. Macht das Sinn, ich weiß nicht. Ja, diese Typen. Interessant. Oh nein, nein, frisch den Schlüssel nicht. Das wäre sehr böse. Ah, Yoshi! Aber ich habe den Schlüssel nicht mehr. Was? Moment, Moment, Moment. Ah, ich weiß nicht, wenn ich das nicht. Falls nicht, dann weiß ich es nicht. Ja, doch. Aber der Schlüssel ist nicht da. Der Schlüssel ist nicht da. Ich will ihn ausspucken und von Yoshi weg. Yoshi, tut mir ja leid. Ich würde dich ja gerne hier behalten, aber es geht leider nicht. in dieser Grotte gibt es ja starke Winde. Das ist interessant. Das, äh, macht das ganze Leben schwer. Äh, einer von Freak-Gamers vorherigen Rom-Acts hatte auch genau dasselbe Gimmick und ich muss sagen, ich hasse, ach, ich hasse es. Besonders wenn er diese ein-löckigen, ne, Blöcke da hinsetzt. So toll ist das nämlich nicht, wie man denkt. Also zumindest für mich nicht. Ich hab gehört, anderer hat weniger Probleme damit, äh, okay, sorry. Äh, ich hab gehört, anderer hat weniger Probleme damit, aber ich krieg das nicht wirklich rein. Mit diesem Teil, mit diesem Wind. Ach, verdammt. Spring, Mario. Rennen. Rennen. Und pass auf, dass du nicht vom Cooper getroffen wirst. Ah, Cooper. Cooper. Äh, was? Äh, 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 äh. Moment, nein! Oh, ist das nein? Das ist doch nicht dein Ernst. Oh, Freak-Gamer. Freak-Gamer. Wieso? Freak-Gamer. Ich mach... Oh, das ist echt so scheiße jetzt. Ah, äh. Egal. Rennen. Ja. Nein. Nein. Komm schon. Rennen. Nein, 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 nein. Nein! Ah! Yes! Oh, ich hasse das! Dieser Wind, das nervt einfach nur. Aber jetzt muss ich auch noch groß sein, Witten. Nein, doch nicht. Oder muss ich? Ich weiß nicht. Den verkrieg ich nochmal ab. Und das ist, glaub ich, nicht Siegel, oder? Ah! Ich hasse dich! Nein! Ey, das ist doch nicht wer! Oh, scheiße. Ah, vielleicht bin ich da drübergelegt. Ah, verdammt. Secret Exit! Yes! So. Nach all dem Trouble. Ja. Nein, du tötest mich jetzt nicht, Chuck. Chuck. Du. Nein! Ach. Egal, ich bin noch groß. Ah! Okay. Jetzt reicht es mir. So. Äh, ja. Ja. Ne. Na. Na. Auf zu spinnen! Geht doch. Nein! Nein! Nein, ey! So. Danke. Hoch damit. Geht doch. So, das war doch schon mal was. Äh, jo. Mal gucken. Vielleicht ist sie ja kurz. Dö, 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 dö. Ja, genau. Äh, ja. Waschum. Brauch ich nicht. Weil hab ich ja schon. Okay. Sieht nett aus. Und überhaupt nicht gefährlich. Eie. Ja. 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 Denkst du dir, Freak Gamer. Du denkst ernsthaft, ich würd bei sowas mitmachen. Mach ich aber nicht. Ha. Ich habe die Kraft der... Feuerbälle... Ich werde sie nicht verlieren. Die Kraft der Freak. Oh, wirklich. Interessant. Glitchtop Lava, aber egal. Wir sind hier ja nicht auf SMWs. Und auf einmal ist da oben kein Schack mehr. Ha. Nein. Du sollst nicht springen. Geht doch. So muss das sein. Iiiiih. 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 Okay. Das mit den paar Sekunden wird jetzt noch knapp. Aber vielleicht... ...gibt es ja irgendwo eine Möglichkeit zum Saven für mich. Zum Beispiel nach einer Türe. Oder so. Das wäre nicht schlecht. Aha. Aha. Oh mein Gott. Wir haben die Chuck Brigade besiegt. Oh. Nee. Doch noch nicht. Aber so gut wie. Ähm. Ja. Drei Flammen. Wirklich Free Gamer. Das hattest du in deinem... Das hattest du in deinem letzten Rom-Actor auch schon. Und... Äh. Sehr viel Spaß. Das hat es, glaube ich, niemandem gemacht. Nein. Ich... Ich will die... Ich will zumindest diese Pflanze. Das finde ich nämlich nicht so toll. Danke. Ha. In die Tür. Und safe game. Oh je.